Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Watch Dogs. Ich bin mal gespannt, ob ich mich in dieser Aufnahme hier ein bisschen geschickter anstelle und schon klingelt das Handy. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Johnny. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturellen, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Ach komm, nicht auf meine Spur hier. Wir machen das jetzt mal ein bisschen ordentlich. Versuchen mal, möglichst den Polizisten aus dem Weg zu gehen, weil ich hab's ja nicht so mit der Polizei. Die scheint... Was ist denn jetzt los? Äh, die tötet mich ja irgendwie immer sofort. Da, N. N steht bestimmt für Nicole. Warum... Warum sind die Frames denn jetzt weggebrochen? Was soll das? Ich hab im Moment kein Glück mit meinen Aufnahmen. Irgendwie. Huch. Ja, im Moment klappt das ja noch. Boah, ein Mustang oder sowas in der Art. Den hätte ich ja gerne mal gehabt. Weil alle... Uah. Geh weg. Alle Wagen, die ich ja jetzt so einsammle, kann ich mir über dieses... Äh, über diese Schnell-Auto-Beschaffungs-App. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Beschaffen. Jetzt stehe ich wirklich an der roten Ampel und warte. Was ist denn los mit mir? Das muss ja nun nicht sein. So, die Autos... Also die Steuerung der Autos ist wirklich... Ich finde sie wirklich echt ein bisschen schlecht. Das ist so das, was ich im Moment an diesem Spiel auf jeden Fall... Oh, der große Bruder. Was ich an diesem Spiel im Moment auf jeden Fall bemängeln wollen würde. Jo, 5 Meter, 4 Meter. Ich steige mal aus. Wir müssen wirklich genau an diesen Punkt gehen, oder was? Und die Mission ist gestartet. Der große Bruder. Akt 1. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich so weit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt... An der Party im Hinterhof-Time. Okay. Dann laufe ich mal dahin. Ich habe noch nicht so ganz genau verstanden, wer sie jetzt ist. Oder ist es meine Frau? Und wir haben uns getrennt, als das Kind gestorben ist. Ich weiß es nicht. Komme ich so in den Hinterhof? Was steht hier? Happy Birthday, Jackson. Hier ist eine große Orgie im Gange. Also, äh, im Sinne von Feier. Wie alt warst du heute? Zehn. Nein, du bist noch neun. Nein, zehn. Neun. Zehn. Neun. Zehn. Gut. Wenn das so ist, gibt's zehnmal. Geburtstagskitzel. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Warte mal bitte. Hi. Hi. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Oh. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Ich brauche doch noch ein Geschenk für den kleinen Mann. Ohne Lina. Wie geht es Ihnen? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich... Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du... Hey, das sieht aus wie eine Miniatur-Ausgabe von mir. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ach. Wir sind der Onkel. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Ich überlege die ganze Zeit, was sich aus dieser Situation jetzt für eine Mission heraus ergibt. Okay. Dann gehen wir halt ins Haus. Die Party war ja nicht so geil. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Momi wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige. Ich plappere. Oh. Da muss ich rangehen. Nein, da muss sie rangehen. Hallo. Ach, ehrlich? Nein, nein. Ich will sie nicht unterbrechen. Was? Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Was passiert denn da? Wer ist das bloß? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie nicht. Guck mal, sie therapiert gleich den Anrufer. Wer auch immer das ist. Was sagten Sie? Hören Sie. Die Polizei kann den Anruf verfolgen. Herr Kün. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nicky? Ähm. Okay. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott. Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal. Ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky. Ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf. Unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Ich hab verstanden. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Oh. Das ist der kleine Mann, aber traurig. Verarscht, Leute, am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Tja. Da bist du ja. Verdächtigen neutralisieren. Mist. Er will abhauen. Verdammt. Eine Verfolgungsjagd. Das kann ich besonders gut. Nicht. Aber, los. Hallo? Wenn wir mal... Warum fährt das Auto nicht? Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder betreut. Ja, die entkommt, weil das Auto nicht losfahren wollte. Das ist voll unfair. Außerdem lenkt das Auto überhaupt nicht richtig. Ja, ich bin doch da hin unterwegs, Mann. Lass mich in Ruhe. Hier, er fährt auf der falschen Straßenseite, um mir zu entkommen. Vielleicht muss ich gleich mal irgendwo irgendwelche Pömpel hochfahren. Damit er vor irgendwas gegen rast. Oh, oh. Wo ist er? Komm her. Überhol mich. Und so ist es langweilig. Nein, ich komme bestimmt nicht zurück. Ich schalte jetzt erstmal diesen komischen Typ aus. Deinen komischen Stalker. Da hat er nämlich direkt dann mal einen Unfall gebaut. Das ist wirklich ein richtig cooles Feature von diesem Spiel. Oh, der schwebt. Das ist ein Geist. Wir brauchen die Ghostbusters jetzt. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo. Bist du doch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Feature von diesem Spiel. Dass man mit allen möglichen Dingen interagieren kann. Und somit halt den Einfluss auf den Spielverlauf nehmen kann. Oh, oh. Zack. Da habe ich dich. Du fettes Schwein. So, jetzt hacke ich mal das Handy des Typen hier. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja. Ich werde die Schlüssel erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Ich muss kosten. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir werden das herausfinden. Hey, bist du weiter mit DeadSec? Ich brauche die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen die... Gesundheit. Geht mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DeadSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Der große Bruder. Mission beendet. Ich möchte gerne diesen Bankautomaten hier hacken. Darf ich das? Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu holen. Ich will den hacken. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Ich bin es auch, wenn du es bist. Kurzer Sprint. Müssen wir nicht so lange warten, bis wir hier an der Straße sind. Brauchen wir schließlich... Oh, da hinten brennt der Karre von dem Typ, der da eben geflüchtet ist. Machen wir mal hier so ein SUV. Das ist ja total in jetzt. Vor allem bei der Frauenwelt sehr beliebt, weil man da so schön hoch sitzt und dann die ganze Straße überblicken kann. Ja, was für ein Quatsch. Kauft euch ein vernünftiges Auto. Aber es scheint relativ stabil zu sein auf den ersten Blick. Remote Profiling aktiviert. Fixer Auftrag. Wegpunkte setzen. Wollen wir mal gerade noch den fixen Auftrag machen? Ja, ne? Machen wir mal. Ah! Das wäre jetzt... Oh, boah. Ein Motorrad. Aufsitzen. Das geht richtig in die Hose jetzt. Das kann ich euch versprechen. Aber es wird geil. Geben wir mal ein bisschen Mühe, hier nicht direkt auf die Schnauze zu fallen. Diese fixen Aufträge sind ja für zwischendurch immer ganz nett, weil wir uns damit natürlich auch weiterentwickeln können. Und ich finde diese Wegmarkierung echt cool, dass sie auf der Straße ist und man genau sieht, wo man langfahren soll. Da muss man nicht großartig immer auf die Karte gucken und kann sich hier bei Müsschen mehr auf das Fahren konzentrieren. Alter, was ist das schnell? Okay.